Hallo liebe Trader, mein Name ist Wiedand Aalt und ich will Sie einstimmen auf das Seminar Einfach Forex Handeln mit Bollinger Bändern auf der diesjährigen World of Trading. Die meisten von Ihnen kennen mich mit Sicherheit bereits als Autor im Traders Magazin oder von verschiedenen Trading Messen und ich freue mich Ihnen ankündigen zu können, dass mein Buch zum Risiko Money Management ab Frühjahr 2014 im Finanzbuch Verlag erscheint. Worum geht es im Seminar, worüber werden wir sprechen? Wir werden uns natürlich im ersten Schritt über Forex unterhalten, um dann direkt auch zu den Bollinger Bändern überzugehen und selbstverständlich lassen wir hier auch John Bollinger selbst zu Wort kommen, um einfach auch zu schauen, worauf müssen wir denn achten in der Praxis, wenn es um Bollinger Bänder geht, was kennzeichnet Bollinger Bänder, wie sehen Bollinger Bänder aus, wie sind die aufgebaut, was steckt dahinter, welche Historie gibt es auch zu Bollinger Bändern zu erfahren und das Ganze werden wir natürlich auch anwenden auf Chart-Formationen im Zusammenhang mit Bollinger Bändern und natürlich auch auf Candlesticks, Candlestick-Formationen im Zusammenspiel mit Bollinger Bändern und aus all diesen Elementen werden wir uns drei Trading Strategien erarbeiten, die Sie sowohl für Long- als auch für Short-Einstiege nutzen können, um in der Praxis professionell auf Forex handeln zu können. Ich freue mich auf das Seminar mit Ihnen, ich freue mich Sie kennenzulernen und wir können verbleiben, get ready for the Bull und treten Sie ihm als Profi gegenüber, hier Wieland Aalt.